Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Deutlicher Rückgang, weniger Eheschließungen in Deutschland, sinkende Anzahl an Eheschließungen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt. In einem aktuellen Bericht hat das Statistische Bundesamt einen deutlichen Rückgang der Eheschließungen in Deutschland festgestellt. Dieser sich langsam abzeichnende Trend scheint sich nun zu bestätigen. Die aktuellen Zahlen spiegeln die Daten des gesamten Jahres wieder und zeigen einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu den letzten Jahren. Der Bericht des Statistischen Bundesamtes spricht von einem Rückgang der Eheschließungen von mehr als 10 Prozent. Trend zu weniger Eheschließungen. Während im Jahr 2018 noch etwa 400.000 Hochzeiten gezählt wurden, waren es im Jahr 2020 nur noch knapp 360.000. Dies entspricht einem deutlichen Rückgang von über 10 Prozent in nur zwei Jahren. Ein Blick auf die regionalen Zahlen zeigt, dass dieser Trend in allen Bundesländern zu beobachten ist. Allerdings mit regionalen Unterschieden in der Intensität des Rückgangs. Experten vermuten hinter dem Trend eine Vielzahl von Gründen. Einerseits wird dies auch auf gesellschaftliche Veränderungen zurückgeführt, da immer mehr Paare ohne Trauschein zusammenleben. Andererseits könnte die Coronavirus-Pandemie einen Einfluss auf die rückläufigen Hochzeitszahlen gehabt haben, da viele Paare ihre Hochzeiten auf unbestimmte Zeit verschoben haben. Ausblick auf die Zukunft. Wie sich dieser Trend weiterentwickeln wird, ist derzeit noch unklar. Es bleibt abzuwarten, ob die sinkende Zahl an Eheschließungen ein temporäres Phänomen ist oder ob sie einen langfristigen gesellschaftlichen Wandel widerspiegelt. Nach der Pandemie könnte es zu einem kurzfristigen Anstieg der Hochzeiten kommen, wenn all die verschobenen Feiern nachgeholt werden. Ob danach allerdings wieder die alten Zahlen erreicht werden, ist ungewiss. Der Bericht des Statistischen Bundesamtes gibt dazu keinen Ausblick, sondern beschränkt sich auf die Darstellung der aktuellen Zahlen. Eine umfassende Analyse der Gründe für den Rückgang und mögliche Ausblicke auf die Zukunft bleiben Themen für weitere Studien. Dieser Artikel basiert auf Daten und Informationen, die direkt vom Statistischen Bundesamt bereitgestellt wurden. Anita Farke, Donnerstag, 2. Mai 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.